Wir wollen noch die Begrüßung mit einer Wertmöde von 8,0, die 101 zu bedienen, wurde vorgestellt von Elin Reis. Herzlichen Glückwunsch. Wir wollen die Fläche von Herrn Feinbach, der von Stalin für Herrn Wagner, die die Berührung übernommen. Auf Platz 2, die 114, sage Professor von Tränen Graf Rothen mit einer Wertmöde von 7,4. Platz Nummer 3, geht an dieser Schmidt mit der 12, Amor und eine Wertmöde von 7,5. Platz Nummer 4, ein Herzblut von 4, an dieser Schmidt mit der 12, am Reise an der 12, am Reise an der 12, am Reise an der 13,5. Platz Nummer 4, ein Herzblut von 7,5. Platz Nummer 4, ein Herzblut von 4, wenn wir nach der 12,5. Platz Nummer 4, ein Herzblut von 4, 5.